Mit der neuen Veranstaltungsreihe Religionspädagogische Denkräume bieten wir ein Forum für grundlegende Fragen rund um die Themen Religion und Bildung. Das Ziel dieser Formate ist, regelmäßig bildungs- und schulpolitisch relevante Entwicklungen mit Blick auf den Religionsunterricht aufzugreifen und auf die Weise dazu beizutragen, dass im öffentlichen Raum darüber diskutiert wird und so auch nach und nach Entscheidungen gefunden werden können. Unseren Beitrag als Kirchliche Hochschule wollen wir auf diese Weise mitleisten. Heute, aber nun am 06.11.2020, freuen wir uns auf den ersten religionspädagogischen Denkraum der Kirchlichen Hochschule unter der Überschrift All Together Now – Religionsunterricht für alle 2.0, Hamburger Sonderweg oder bundesweites Modell. Jetzt habe ich die Ehre, an den Herrn Bauer überzuleiten und zwar, indem ich ihn einmal vorstelle. Herr Dr. Jochen Bauer war 20 Jahre Religionslehrer an einem Hamburger Gymnasium. Er bildet als Fachseminarleiter am Hamburger Landesinstitut Referendare für das Fach Religion aus und er ist als Fachreferent Religion in der Behörde für Schule und Berufsbildung. Hier bei uns ist er heute als wissenschaftlicher Forscher über den Religionsunterricht. Er hat zur wissenschaftlichen Religionspädagogik maßgebliche Studien veröffentlicht, unter anderem ein jüngst erschienenes, umfassendes Werk »Religionsunterricht für alle«, erschienen im Kohlhammer Verlag Stuttgart 2019. Wir freuen uns sehr, dass ein so profunder Wissenschaftler und Kenner der Grundfragen der Religionspädagogik heute seine Erkenntnisse mit uns teilt und zur Diskussion stellt. Herr Bauer, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Chemnitzer, für die Einladung. Vielen Dank an alle Zuhörenden, dass Sie heute hier sind. Ursprünglich war es ja real gedacht, dann hybrid und schließlich jetzt rein digital. Ich glaube, man könnte die Veränderung dieses Veranstaltungsformats, das ist ein ziemlich guter Indikator für den Verlauf der Corona-Epidemie. Also vielleicht kann es ja langfristig den R-Wert des RKIs ersetzen, sollte man mal drüber nachdenken. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern eben um den Religionsunterricht für alle in Hamburg. Ja, All Together Now. Dieser alte Beatles-Song könnte als Motto dienen für den Religionsunterricht für alle, aber eben auch für diesen Vortrag. All, weil alle Schülerinnen und Schüler dabei sind. All, aber auch, weil alle Religionen mitmachen. Together, weil es ein gemeinsamer Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler ist, eine gemeinsame Anstrengung und Verantwortung aller beteiligten Religionsgemeinschaften. Und Now, weil in den vergangenen Jahren die Verantwortung für den Religionsunterricht erweitert wurde. Bislang war es ein ausschließlich evangelisch verantworteter Religionsunterricht für alle, der für alle Schüler geöffnet ist. RUFA 1.0, also RU für alle, deswegen RUFA und 1.0, weil es die bisherige Form war. Dieses Format, diese Religionsform des Religionsunterrichts wurde nun erweitert, sodass er von mehreren Religionsgemeinschaften gleichberechtigt verantwortet wird, kurz RUFA 2.0. Das bedeutet, mehr als jetzt, sagen wir, lediglich die Konferenztische zu erweitern. Denn das hat erhebliche Rückwirkung auf die Konzeption des Religionsunterrichts. RUFA 2.0 ist allerdings mittlerweile mehr als nur ein reines Konzept. Die Umsetzung wurde beschlossen in Hamburg und wird zurzeit flächenweit eingeführt. Damit geht Hamburg einen wesentlichen Schritt voran in seinem schon vor längerem eingeschlagenen Weg eines gemeinsamen Religionsunterrichts. Und das verändert natürlich auch die Wahrnehmung des Hamburger Wegs in den anderen Bundesländern. Ohne, dass Hamburg den Anspruch hat, ein bundesweites Modell liefern zu wollen, wird es aber natürlich außerhalb von solches durchaus als solches wahrgenommen. Die Frage ist zurecht. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten und im Detail ist die Welt natürlich immer komplizierter und differenzierter. Und gerade im Augenblick finde ich das auch ganz gut, denn sonst wüsste ich nicht, was ich mit Ihnen in den nächsten 45 Minuten, was ich Ihnen präsentieren sollte. Was erwartet Sie nun? Ich werde am Anfang auf die Entstehung und die Entwicklung eingehen, den rechtlichen Rahmen darlegen, die institutionellen Rahmen vorstellen, Didaktik und Rahmenpläne präsentieren und am Schluss auf die Lehrkräfte und die Lehrerbildung eingehen. Ja, ich beginne mit der Entstehung und Entwicklung. Der Religionsunterricht für alle war eigentlich schon immer in Hamburg evangelisch. Es war ein Religionsunterricht für alle. Und er war nicht nur evangelisch, er war auch ein lutherischer Religionsunterricht. Minderheiten, jüdische Minderheit, katholische Minderheit, die hatten ihre eigenen Schulen an den staatlichen, städtischen Schulen. Da gab es lutherischen Religionsunterricht. In den 50er Jahren waren auch immerhin noch 50, 90 Prozent aller Hamburger Lutheraner. Und ich betone hier immer Lutheraner, das ist nicht ganz unwesentlich. Das ist lange her. Es gab einen großen Wandel. Heute haben ungefähr 50 Prozent der Hamburger Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Und das bedeutet in den meisten Fällen eben, sie sind nicht lutherisch. Religionsunterricht für alle, nein, die Veränderung im Klassenzimmer führte allerdings auch zur Veränderung der Grundstruktur des Religionsunterrichts. In den 70er Jahren, wie auch bundesweit, war die Problemorientierung ein ganz dominantes Konzept. Und das ist es in Hamburg bis heute noch sehr stark. Seit den 1990er Jahren wurde der Religionsunterricht zunehmend geöffnet für die multikulturelle und multireligiöse Schule. Interessanterweise aber nicht multikonfessionell. Das war ein Aspekt, der weniger im Vordergrund stünde. Und das ist dieses Konzept, das Religionsunterricht für alle in evangelischer Verantwortung, das man Rufe 1.0 nennt. Der Religionsunterricht, Sie merken, es ist eine schleichende Entwicklung heraus aus dieser evangelisch-lutherischen Majoritätsgesellschaft, weil sich die Zusammensetzung der Schülerschaft und natürlich der Hamburger Gesellschaft entsprechend verändert hat. Das jetzige Konzept, das Religionsunterricht für alle in evangelischer Verantwortung, ökumenischer Offenheit, wie der offizielle Titel, das Rufe 1.0 war, wurde dann zunehmend mit dem Konzept des dialogischen Religionsunterrichts angefüllt und als solches eben im Begriff des Rufer 1.0. Ein Religionsunterricht für alle, der aber nicht von allen verantwortet wird, enthält natürlich einen inneren Widerspruch. Das war lange Zeit nicht veränderbar. Es gab ein unvermeidbares Problem. Es gab keine Religionsgemeinschaften, die quasi parallel zur evangelischen Kirche in die Verantwortung treten konnten. Den Muslimen fehlte der rechtliche Status in den 90er Jahren und die katholische Kirche hat sich nicht partizipiert. Da gibt es unterschiedliche Narrative. Das evangelische Narrativ sagt, die katholische Kirche hat das Angebot nicht aufgegriffen. Das katholische Narrativ ist, der Religionsunterricht für alle in der damaligen Form entsprach nicht ihrer Grundkonzeption und ein konfessionell kooperatives Modell wie in Baden-Württemberg damals. Das wollte wiederum die evangelische Kirche nicht. Sprich, zwei unterschiedliche Narrative, die aber auf beides hinauslaufen. Die katholische Kirche war nicht partizipiert und es gab eben auch keine anderen Religionsgemeinschaften. Das veränderte sich dann langsam Mitte der 2000er Jahre. Und zwar dadurch, dass Hamburg 2005 mit der evangelischen und der katholischen Kirche religionsrechtliche Verträge schloss. Das hatte Hamburg bis dahin nicht. Das war das letzte Bundesland. 2007 folgte ein Staatsvertrag mit der jüdischen Gemeinde und umso mehr stellte sich die Frage, wie sieht das eigentlich mit den Muslimen aus? Denn solange die muslimischen Gemeinschaften keinen Religionsgemeinschaftsstatus hat, war eine Mitverantwortung des Religionsgemeinschafts nicht denkbar. Insofern erfolgte 2012 der große Game Changer, wie ich das nennen möchte, nämlich die Freien Hansestadt Hamburg schloss religionsrechtliche Grundlagenverträge mit den drei islamischen Gemeinschaften Dittet Nord, Schura Hamburg und dem VEKZ und in einem separaten Vertrag mit der Alevitischen Gemeinde Deutschland. Das ist ein Game Changer, weil damit ist in Hamburg ein Ansprechpartner für die Stadt vorhanden. Und zwar ein Ansprechpartner, den Religionsgemeinschaftsstatus hat im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und auch ein Recht auf einen eigenen Religionsunterricht. Schaut man heute in die bundesdeutsche Landschaft, ist es damit Hamburg relativ, nein, wahrscheinlich das einzige Bundesland nach wie vor, das einen solchen Vertrag gültig hat. In diesem Vertrag wurde nun aber kein separater islamischer Religionsunterricht vereinbart, sondern ein Projekt. Und dieses Projekt wurde genannt Weiterentwicklung des Religionsunterrichts für alle. Das Projekt wurde zeitgleich auch mit der evangelischen Nordkirche und ein Jahr später mit der jüdischen Gemeinde verabredet. Und es wurde genauer gesagt, wie dieser Religionsunterricht weiterentwickelt werden sollte. Erstens, es sollte ein Religionsunterricht im Rahmen von Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes sein. Also ein vollständiger, wirklicher Religionsunterricht und nicht eine andere Form. Die Verantwortung sollte durch alle Religionsgemeinschaften gleichberechtigt erfolgen. Und es gab auch ein inhaltliches Ziel. Der Religionsunterricht sollte weiterhin ein gemeinsamer Religionsunterricht sein, also der nicht äußerlich trennt, ein dialogischer Religionsunterricht und eben gleichberechtigt verantwortet. Man hat sich auf den Umfang der Weiterentwicklung geeinigt. Alle Aspekte, die den Religionsunterricht ausmachen, sollten Gegenstand dieser Weiterentwicklung sein. Die Institutionen, die Lehrerbildung, die Didaktik, die Rahmenpläne und auch die Methodik. Verantwortlich ist, als verantwortlich wurde vereinbart, eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Religionsunterrichts für alle. Das ist ein bisschen ein Understatement, das ist ein ziemlich hochrangiges Gremium, das mittlerweile dann sowohl auf Leitungs- wie auf Arbeitsebene getagt hat. 80 Mal, die 80. Sitzung ist nächste Woche. Man sieht, das ist ein intensiver Entwicklungsprozess gewesen. 2019 wurde er, haben sich die Vertragspartner geeinigt, dass sie dieses Projekt, diese Weiterentwicklung, diese Konzeption erfolgreich entwickelt haben und die flächenweite Umsetzung beschlossen. Ab dem kommenden Schuljahr werden neue Rahmenpläne eingeführt. Es findet eine Fortbildungsoffensive parallel statt und viele weitere Schritte. Bereits 2014 hatte man allerdings die Lehrerbildung sukzessive angepasst, mit der Ausbildung islamischer und alevitischer Religionslehrer an der Universität Hamburg begonnen und auch im Vorbereitungsdienst in der dritten Phase erste Schritte unternommen. Darauf werde ich am Schluss noch mal eingehen. Ein zusätzlicher Schritt erfolgte dann 2019 mit dem sogenannten Kokorufa-Projekt Konfessionelle Kooperation im Religionsunterricht für alle. Dabei geht es darum, die katholische Kirche in diesen Gesprächs, in diesen Entwicklungsprozess einzubeziehen. Seit 2011 hatte die katholische Kirche ziemlich erfolglos versucht, einen separaten katholischen Religionsunterricht an den staatlichen Schulen, neben dem Religionsunterricht für alle und den katholischen Privatschulen einzurichten. Das war nicht erfolgreich. Wir haben heute drei Schulen mit ungefähr 110 Lerngruppen, ungefähr 100 Schüler an denen teilnehmen. Das war kein erfolgreiches Projekt. Und zwar, weil die Eltern es letztlich nicht wollten. Das ist einer der Gründe, aber eben auch die neue Konzeption von Rufa 2.0, die das Erzbistum dazu bewog, die Mitwirkung zu prüfen. Es gibt also ein neues Projekt, das prüft, kann es möglich sein, die christliche Perspektive im Religionsunterricht für alle als konfessionell kooperative Perspektive einzubeziehen. Dazu läuft ein Pilotprojekt mit Unterrichtseinheiten werden entwickelt, erprobt, evaluiert. Die katholische Kirche ist mit einem Gaststatus in den entsprechenden Gremien und wirkt an der Lehrplangestaltung mit. Und 2022 wird das Erzbistum Hamburg endgültig über die Mitverantwortung des Religionsunterrichts für alle entscheiden. Bis dahin läuft dieses Projekt. Soweit zur Entwicklung. Kommen wir zum rechtlichen Rahmen. Der Rufa 2.0 betritt rechtliches Neuland. Die Grundlage von Religionsunterricht dieses Religionsunterrichts soll ja, habe ich gerade schon erwähnt, Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes sein. Religionsunterricht für alle 2.0 will also keine Religionskunde sein, auch kein irgendwie sonst gearteter religiöser Unterricht, irgendwo so zwischen Religionsunterricht oder Religionskunde und Artikel 7, sondern ein Religionsunterricht im Rahmen dieses Grundgesetzartikels. Das provoziert sofort einen Konflikt mit der klassischen Rechtsauffassung, die lautet, ein Religionsunterricht kann eben nur von einer Religionsgemeinschaft verantwortet werden, es seien sie haben identische Grundsätze oder sehr nahe Grundsätze, wie reformiert und lutherisch zum Beispiel. Christoph Link hat 2001 in einem Gutachten zum Rufa 1.0 gesagt, dieser sei nur verfassungskonform, solange die eine Kirche, und zwar die evangelische, die Letztverantwortung trägt. Deswegen muss er auch innerlich durchaus so gestaltet sein. Ein Religionsunterricht von mehreren Religionsgemeinschaften wäre für Link nicht verfassungskonform. Das Problem ist, genau das versucht aber oder will aber Rufa 2.0 tun. Das ist der Hintergrund, warum die gesamte Entwicklung sehr intensiv vor dem rechtlichen Hintergrund erfolgte. Die Nordkirche beauftragte 2017 ein Gutachten, ein verfassungsrechtliches Gutachten bei Prof. Hinnak Wismann, einem Verwaltungs- und Verfassungsrechtler an der Universität Münster, das er 2017 der Kirche vorlegte, 2019 wurde es veröffentlicht. Was ist das Ergebnis? Grundsätzlich sagt er, in einer linearen Auslegung ermöglicht das Grundgesetz keinen trägerpluralen Religionsunterricht, also ein Religionsunterricht, der von mehreren Religionsgemeinschaften gleichberechtigt verantwortet wird. Es sei aber sehr wohl möglich im Sinne einer bewussten Weiterentwicklung des Religionsunterrichts, was ja das Bundesverfassungsgericht selbst sehr wohl vorsieht, in diesem Sinne könne ein Religionsunterricht in trägerpluraler Verantwortung erfolgen, also das, was Rufa 2.0 will, allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist Verantwortungsklarheit. Es muss gesichert sein, dass die Inhalte und die Lehrkräfte einzelner Religionsgemeinschaften klar zugeordnet werden, und zwar natürlich Religionsgemeinschaften, die ihn verantworten. Verantwortungsklarheit hat zwei Aspekte. Einerseits einen äußeren Aspekt, dann geht es um institutionelle Rahmen, um die Struktur von Bildungsplänen, um Beauftragungsverfahren. Aber es hat auch einen inneren Aspekt, nämlich im Sinne didaktischer Fragestellung. Da geht es um die Transparenz von Inhalten gegenüber den Schülern und Schülern und Eltern, die Transparenz der Lehrkräfte. Es muss klar sein, aus welcher Religion sie jeweils kommen, damit die Verantwortungsklarheit als ein wesentlicher Maßstab der Verfassungskonformität gewährleistet ist. Der zweite Aspekt, auf den Wissmann eingeht, ist die Bekenntnishaftigkeit. Auch Rufa 2.0 muss Bekenntnis sein, und dabei geht es um den Charakter und um die Ziele von Religionsunterricht. Wissmann formuliert das in eher juristischer, nicht unbedingt religionspädagogischer Begrifflichkeit. Es muss um so etwas wie eine religiöse Beheimatung in einem anspruchsvollen Sinn der Identitätsbildung gehen. Das heißt, im Religionsunterricht kann es nicht eine Betrachtung von außen sein, sondern es muss aus der Innenperspektive der jeweiligen Religionen erfolgen. Und es muss der Bezug auf die eigene Religion der Schülerinnen und Schüler und deren Grundsätze, und zwar so, wie sie von der jeweiligen Religionsgemeinschaft definiert werden, muss hergestellt werden. Damit ist klar, Rufa 2.0 kann weder eine Religionswissenschaft oder eine Religionsphilosophie sein, wobei natürlich einzelne Elemente sehr wohl vorkommen können, aber sie dürfen nicht prägend sein. Er kann genauso wenig so ein subjektivistischer, religiöser Unterricht sein, in dem unverordnete Schülerinnen und Schüler den Weltreligionen quasi einer Äquidistanz gegenüberstehen und Patchwork-mäßig darauf zugreifen. Rufa 2.0 will keines dieser beiden, sondern versucht einen anderen Ansatz. Bevor ich den weiter ausführe, möchte ich kurz noch auf zwei weitere Aspekte hinweisen, auf die Wismann eingeht und die häufig missverstanden wird im Hinblick auf Rufa 2.0. Zum einen ist Rufa 2.0 eben kein Religionsunterricht für alle von allen, wenn man es ganz genau nimmt. Denn ein Religionsunterricht auf Grundlage von Artikel 7 Absatz 3 ist nur möglich, wenn das Abmelderecht der Schülerinnen und Schüler gewährleistet wird. Also Absatz 3 des Artikels 7 gibt es nur mit Absatz 2. Deswegen kann der Religionsunterricht für alle nur ein Angebot an alle sein, was entsprechend offen und gestaltet werden kann, was vieles berücksichtigt. Aber es kann niemals ein Pflichtfach für alle sein. Es gibt ja die klassische Formel für den Religionsunterricht nach Artikel 7 Absatz 3. Der Religionsunterricht ist nur Pflicht für die Schule, aber nicht Pflicht für die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Und das gilt auch für Rufa 2.0. Der zweite Aspekt, den Wismann zusätzlich hervorhebt, da geht es darum, er kann auch nicht ein Religionsunterricht von allen sein. Denn Religionsunterricht wird immer nur von konkreten Religionsgemeinschaften verantwortet. Das können eben niemals alle möglichen sein. Und da gibt es zwei Voraussetzungen. Einerseits müssen Religionsgemeinschaften für den Staat, müssen sie bestimmte Anforderungen erfüllen, die das Bundesverfassungsgericht festgelegt hat, damit sie als Religionsgemeinschaft anerkannt werden kann. Da will ich jetzt nicht auf die Details gehen. Und nicht alle religiösen Gemeinschaften oder Gemeinden, die dies wünschen, erfüllen diese Anforderungen. Wir haben das in vielen Bundesländern, was die muslimischen Gemeinschaften angeht. Wir haben in Hamburg eine buddhistische Gemeinschaft, die die Mitverantwortung beantragt hat, die aber diese Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts nicht erfüllen. Der zweite Aspekt ist, die Mitwirkung einer Religionsgemeinschaft am Rufer muss auch von allen anderen beteiligten Religionsgemeinschaften gewollt werden. Es sind letztlich die Religionsgemeinschaften, die je für sich sagen, die Mitarbeit aller anderen entspricht unseren Grundsätzen. Insofern gibt es zwei Anforderungen. Die eine betrifft eher die staatliche Seite, die andere eher die anderen Religionsgemeinschaften. Wenn man es genau hinschaut, ist deswegen die Formel Religionsrecht für alle von allen unscharf, missverständlich. Man kann es höchstens metaphorisch verstehen, weil es so die Stoßrichtung angibt. Im Übrigen gilt das auch für das Motto dieses Vortrags, All Together Now. Das ist ein gutes Motto, aber keine wissenschaftliche Beschreibung und nicht präzise. Ich möchte Ihnen zunächst einmal diese zwei zentralen Bedingungen, die ich anfangs sagte, Verantwortungsklarheit und Bekenntnishaftigkeit für die innere und äußere Gestalt des Religionsunterrichts für alle darlegen. Und da gehe ich zunächst auf die äußere Gestalt ein, auf den institutionellen Rahmen. Wir haben in Hamburg seit langem eine gemischte Kommission. Eine gemischte Kommission aus der Behörde für Schule und Berufsbildung, das ist BSB, mein Arbeitgeber, und der Evangelischen Kirche in Norddeutschland. Seit 1964 werden dort alle Fragen der gemischten Verhältnisse, der Resmixte, deswegen auch der Begriff gemischte Kommission, geklärt. Sie beschließt die Rahmenpläne. Dort werden alle Fragen letztendlich beschlossen, die den Religionsunterricht in evangelischer Verantwortung angehen. Es ist klar, das ist ein hochkarätiges Gremium, die machen nicht die Rahmenpläne selber. Es gab Projektgruppen aus evangelischen Lehrkräften, und zwar ausschließlich evangelischen Lehrkräften, die zum Beispiel Rahmenpläne entwickelten und der gemischten Kommission vorlegten, damit diese von der gemischten Kommission beschlossen wurden. Das ist das Schema, wie es seit den 60er Jahren üblich war, ein Religionsunterricht in evangelischer Verantwortung. Mit der Öffnung in den 90er Jahren zu einer interreligiösen Ausrichtung war das natürlich umso schwieriger. Deswegen wurde ein Gesprächskreis interreligiöser Religionsunterricht eingesetzt, kurz GYR, in der hohen Symbolkraft, in dem Mitglieder anderer Religionen vertreten waren. Ich sage ganz bewusst Mitglieder, nicht Delegierte von Religionsgemeinschaften, denn wer darin war, hat letztlich die evangelische Kirche ausgesucht oder hatte zumindest das letzte Wort. Und in vielen Fällen waren diese Mitglieder auch nicht unbedingt repräsentativ für Religionsgemeinschaften. Zudem waren wichtige Religionsgemeinschaften gar nicht vertreten. Die katholische Kirche, die orthodoxen Kirchen, die DITIB, VEKZ, auch die jüdische Gemeinde. Es war eine Zusammenkunft von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, unterschiedlicher religiösen Prägung, die ein Beratungsgremium waren für die evangelische Kirche. Aber sie haben sehr wohl diese interreligiöse Perspektive eingebracht, nicht im Sinne einer wirklich offiziellen Vertretung. Sie waren auch nicht auf Augenhöhe in einer rechtlichen Hinsicht, auch nicht in didaktischer, fachlicher Hinsicht mit der evangelischen Kirche. Aber sie zeigten an eine gewisse Suchbewegung, einen Aufbruch, für die das wichtig ist. Soweit die institutionelle Grundstruktur des Religionsunterrichts für alle 1.0. Diese äußere Verantwortungsstruktur hat sich, sagen wir, im Anschluss an die Verträge von 2012 ausdifferenziert. Jetzt kommen wir zur Grundstruktur von RUFA 2.0. und nicht erschrecken, es wird jetzt richtig bunt. Wir haben gemischte Kommissionen für jede der Religionsgemeinschaften eingetroffen, weil gemischt heißt ja nicht religiös gemischt, sondern Staat und Religionsgemeinschaft gemischt. Jede Religionsgemeinschaft erklärt je für sich, entsprechend ihren Grundsätzen, dem Staat die Stellungnahmen zum Religionsunterricht. Deswegen haben wir eine gemischte Kommission mit der alevitischen Gemeinde, eine gemischte Kommission mit der evangelischen Kirche, eine gemischte Kommission mit der jüdischen Gemeinde und eine gemischte Kommission mit den islamischen Religionsgemeinschaften. Und das ist sehr interessant, es ist nämlich eine einzige, denn DITIB, Nord, Schura Hamburg und VKZ haben erklärt, gegenüber dem Staat einheitlich zu sprechen. Deswegen gibt es auch eine einheitliche gemischte Kommission. Wir haben auch eine katholische gemischte Kommission für den damals getrennten katholischen Religionsunterricht. Jetzt ist klar, wenn es ein gemeinsamer Religionsunterricht, wenn gemeinsame Rahmenpläne beschlossen werden, wenn gemeinsame Entwicklungsprojekte in Gang gesetzt werden, dann kann man ja nicht fünf Gremien unabhängig voneinander arbeiten lassen. Deswegen gab es diese Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Religionsunterrichts für alle, die mittlerweile in Rufer-Kommission umbenannt wurde. Die koordiniert diese Prozesse, sie vereinbart, sie bereitet die Beschlüsse der gemischten Kommission vor, damit ein koordiniertes Unterricht möglich ist. Und gleichzeitig aber, deswegen die getrennten, gemischten Kommissionen, die Verantwortung, je getrennt erfolgt. Auch das ist eher ein hochkarätiges Gremium, was sich häufig trifft, aber eben eher auf Leitungsebene. Und deswegen werden einzelne Projekte nach wie vor von Lehrkräften erteilt. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Projektgruppe zur Erstellung, das wird der Rahmenpläne für die Grundschule, für die Stadtteilschule, für die Gymnasien und so weiter. Auch Projektgruppen für Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, für Lehrerbildung. Es gibt verschiedene Projektgruppen, die erarbeiten Vorschläge an die Rufer-Kommission, die eben dann die Entscheidung der gemischten Kommission vorbereiten. Die Projektgruppen, und das ist jetzt wirklich ein Unterschied zum Rufer 1.0, bestehen eben nicht nur aus evangelischen Lehrkräften, sondern wir haben in allen Projektgruppen alevitische, islamische, katholische und jüdische Lehrkräfte, katholisch noch mit dem Gaststatus. In diesem Schema sind natürlich einige religiöse Gemeinschaften, und zwar die, die keinen Religionsgemeinschaftsstatus haben, nicht vertreten. Trotzdem sollen deren Inhalte durchaus vorhanden sein. Und deswegen gibt es so in Nachfolge des damaligen Gesprächskreises interreligiösen Religionsstatus ein Fachteam, in dem nicht nur die Religionsgemeinschaften vertreten sind, die den Religionsnoch nicht für allen vertreten, sondern auch Mitglieder anderer Religionen, die eben keinen Religionsgemeinschaftsstatus haben. Konkret haben wir Buddhisten, Hindus und Bahai. Möglicherweise werden das aber noch mehr. Es gibt erste Gespräche mit orthodoxen Kirchen. Das wird man sehen. Das ist ein Beratungsgremium, in dem der Staat nicht vertreten ist. Denn es ist ein Beratungsgremium der Kirche. Der Staat selber hat eben kein unmittelbares Vertragsverhältnis mit diesen religiösen Gemeinschaften. Fazit. Diese neue Struktur leistet die Verantwortungskleid auf einer institutionellen Ebene. Sie macht deutlich, dass jede Religion je für sich erklärt dem Staat, dass ein Religionsnachricht seinen Grundsätzen entspricht, und zwar gleichberechtigt. Und es ermöglicht auch die Verantwortung für die Inhalte und für die Lehrkräfte. Bisher ging es um die äußere Verantwortungsstruktur. Wie sieht aber die innere Gestaltung des Religionsnachrichts für alle 2.0 aus? Ich gehe hier primär auf meine Didaktik, die ich 2019 habe, ein. Die Grundlagen sind aber sehr wohl auch die, die jetzt in Hamburg umgesetzt werden. Der Religionsnachricht für alle hat sechs didaktische Prinzipien. Schülerorientierung, Traditionsorientierung, Dialogorientierung, Religionsspezifische Orientierung, Wissenschaftsorientierung und Authentizitätsorientierung. Die regulieren sich wechselseitig. Solche, sagen wir, dialektischen, didaktischen Konstruktionen haben wir in vielen Rahmenplänen, in vielen Fächern. Das ist gar nicht mal so besonders neu. Das sind die sechs didaktischen Prinzipien für diesen neuen Regelungsnachricht, für alle 2.0 in Hamburg. Ich habe mich in meiner Didaktik ausführlich damit beschäftigt und sie ein dreidimensionales Modell dargestellt. Und dem möchte ich jetzt folgen und ein bisschen anhand dieses Modells deutlich machen, was die didaktische Grundstruktur dieses Religionsunterrichts ist. Die erste Grundstruktur ist, sagen wir, diese Polarität aus Schülerorientierung und Traditionsorientierung. Ich denke, es geht dabei um die Inhalte, also die Inhaltsdimension. Diese Ebene ist auch nicht neu. Ehrlich gesagt, sie ist auch nicht spezifisch für den Religionsunterricht. Schüler und Sache aufeinander zu beziehen, das gibt es schon bei Krafke, das ist wirklich nichts Besonderes. Und dass im Religionsunterricht es primär um religiöse Inhalte, um religiöse Quellen geht, ist auch klar. Aber nicht nur, es geht auch um, wir nennen das kulturelle Kontexte, in denen sie formuliert sind. Also viel mehr als nur lediglich religiöse Traditionen. Es ist klar, wer heute schöpfungstheologische Fragestellungen beschäftigt, das kann nur im Kontext von Urknall und Evolutionstheorien funktionieren. Und diese müssen eben auch in Relation zu den Schülern gestellt werden. Ja, das Zusammenspiel von Schüler und Quellen ist in der Religionsdidaktik nichts Neues. Das ist der wesentliche Teil von Elementarisierung, auch von Korrelation. Es ist ganz spannend, dass im Zuge von Kukurufa der Korrelationsbegriff in Hamburg eine ganz zentrale Rolle eingenommen hat, weil es eben dieses Wechselverhältnis darstellt. Auch für den Religionsunterricht, für alle gilt, nur wenn Schüler und Sache, also Schüler und religiöse und kulturelle Quellen, wirklich sich wechselseitiger schließen, nur dann ist es ein gelungener Unterricht. Die nächste Ebene, auf die ich eingehen will, ist die der Wahrheitsdimension. Die Wahrheitsdimension ist ja ganz spezifisch für den Religionsunterricht, und zwar ziemlich egal, ob es ein konfessionell getrennt erteilter Religionsunterricht ist oder eben ein gemeinsamer Unterricht. Ich glaube, dass die Wahrheitsdimension den Unterschied von Religionsunterricht zu jedem anderen Unterrichtsfach ausmacht, und es ist ja nicht umsonst, dass in dieser anschützischen Formel im Religionsrecht werden Inhalt als bestehende Wahrheiten gelehrt, dass da der Wahrheitsbegriff vorkommt. Jetzt ist klar, es geht nicht wie Anschütz 100 Jahre alte Trichter-Didaktik, aber dass es um diese Dimensionen angeht, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Markenzeichen von Religionsunterricht. Und deswegen muss es auch im Religionsunterricht darum gehen. Jetzt ist natürlich Wahrheit kein einfacher Begriff. Ingo Dalfat sagt, Wahrheitsfrage ist immer bipolar. Wahrheit ist einmal die Wahrheit immer für mich, aber es hat auch den Anspruch, dass es für andere eine Wahrheit sein könnte. Wer Wahrheitsansprüche komplett subjektiviert, der dann erübrigt sich ja auch der Diskurs, der Austausch mit anderen, wenn es nicht auch für die Wahrheit werden könnte. Diese Bipolarität zeigt sich auch im Religionsunterricht. Auf der einen Seite als Authentizität, als die eigene Wahrheit, als authentisches Erleben und Selbstverständnis der Menschen. Auf der anderen Seite Wissenschaft, primär natürlich theologische Wissenschaft, die auf Nachvollziehbarkeit, auf Objektivität gerichtet ist. Im Religionsunterricht gilt das einerseits für die Schülerinnen und Schüler, also dass sie das eigene authentische Erleben, ihr Selbstverständnis in den Diskurs einbringen mit wissenschaftlich gestützten Deutungen. Also ein Beispiel zu geben, ein Bibliotrama zur Arbeit in Weinberg, in dem sie wirklich unmittelbar diese Geschichte erleben, ihre Erfahrungen, die sie haben, deutlich werden. Aber das quasi zu spiegeln mithilfe, sagen wir, wissenschaftlich fundierter theologischer Deutung, das ist das, was wie im Religionsunterricht Authentizität und, sagen wir, Wahrheitsanspruch zusammenkommen und als Teil von Bildung eben sich wechselseitig befruchten und füllen überhaupt erst. Im Religionsunterricht gilt das aber nicht nur für jedes Subjekt, sondern auch für die Religionen. Es geht auch um die Authentizität jeder Religion. Religionen sollen entsprechend ihres Selbstverständnisses erschlossen und thematisiert werden. Das authentische Selbstverständnis gelebter Religionen muss sich natürlich von der jeweiligen Theologie hinterfragen lassen. Also, sagen wir, eine traditionell volkstümliche oder fundamentalistische Bibel oder Koranexegese, die muss sich durch eine wissenschaftliche, christliche oder islamische Theologie hinterfragen lassen. Das heißt, dieses Wechselverhältnis Authentizität-Wissenschaft gilt nicht nur auf einer Subjektebene, sondern eben auch auf der Ebene der Religion. Wichtig ist dabei, die Wissenschaftsorientierung meint die Ausrichtung auf die jeweilige Theologie. Also, christliche Themen, christliche Quellen müssen entsprechend der evangelischen oder katholischen Theologie gedeutet werden, islamische Themen an der islamischen Theologie. Das macht vielleicht auch deutlich, dass der Religionsunterricht für alle 2.0 sich nicht auf eine Art von Supra-Theologie stützt, also die quasi alle Religionen überwölbt wird, sondern es sind die ganz konkreten Theologien der jeweiligen Religion, die für die jeweiligen religiösen Perspektiven relevant sind. Ja, die dritte Dimension ist nun wahrscheinlich besonders für den Religionsunterricht für alle, nämlich dieses Wechselspiel aus Dialogorientierung und religionsspezifischer Orientierung. In diesem Feld gibt es wohl die größten Veränderungen im Vergleich zum RUFA 1.0. Bei Identität, und ich nenne es die Identitätsebene, bei Identität geht es um sowas wie Zugehörigkeit, Selbstverständnis, nicht unbedingt um die inhaltliche Zustimmung oder um die Wahrheitsfrage. Das ist eine andere Ebene, die dazukommt. Im Englischen gibt es dafür die Unterscheidung zwischen Belonging und Belief. Belonging als Zugehörigkeitsgefühl, als etwas, zu dem man eine besondere Beziehung hat. Und Belief als ein kognitives Überzeugtsein, als Zustimmung zu präpositionalen Aussagen. Ich finde auch wichtig, dass Identitätsbildung, ist ja ein bisschen in Verruf gekommen, Identitätsbildung verstehe ich durchaus aus einem offenen, vielfältigen, widersprüchlichen, dynamischen und vor allem auch unabschließbaren Prozess. Das ist nicht die geschlossene Identität, konfessionelle Identität der 50er Jahre. In der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler erfolgt quasi ständig eine Positionierung in den Kategorien von Eigen und Fremden. Also wenn Kinder an der Kirche vorbeigehen oder in der Moschee, wird sich das sehr anders anfühlen. Es gibt leicht andere Grundstimmungen, je nachdem, ob es ein Kind mit einem christlichen oder mit einem muslimischen Hintergrund ist. Das Gleiche gilt, wenn man das Wort Allah in den Medien hört, in welchem Kontext auch immer. Es wird unterschiedlich wirken. Es gibt unterschiedliche Belongings-Gefühle auf der Belongings-Ebene, nicht unbedingt auf einer Belief-Ebene. Schülerinnen und Schüler setzen sich in der Lebenswelt auch ununterbrochen in Relationen. Ich formulierte sie, sie relationieren sich im gemeinsamen Unterricht, erfolgt nun diese Relationierung im Unterricht und nicht außerhalb. Und zwar in Bezug auf die Inhalte, in Bezug auf die Mitschüler und auch auf die Lehrkraft. Und das ist weder Zufall noch schädlich, ganz im Gegenteil, das ist Absicht. Denn, Religionswohnung für alle, ist ja eben keine Religionskunde. Die Identitätsfrage spielt quasi eine ununterbrochene Rolle und wird dadurch zum Gestaltungselement. Religionswohnung für alle ist keine Religionswohnung. Es geht nicht um eine Neutralisierung, auch nicht um eine Äquidistanz. Es geht vielmehr um so etwas, was man Positionalität und Positionierung verstehen kann. Das soll eingeübt werden, weil sie ohnehin da ist, und zwar in einem dialogischen Verständnis. Es gibt die Kritik am Rufer 1.0, dass man eigentlich erst seine eigene Religion kennenlernen müsste, bevor man in den Dialog treten kann. Diese Kritik sehe ich ambivalent. Einerseits stimmt es nicht, weil es einfach ein veraltetes Gesellschaftsbild ist. In der Lebenswelt aller Schülerinnen und Schüler, und zwar ziemlich in allen Stadtteilen, sind andere Religionen schon immer da. Man bildet seine Religionen, sein religiöses Selbstverständnis immer in Relationierung zu vielen Religionen aus, mit denen man begegnet. Sei es real in den Klassen oder sei es auch nur medial. Diese Kritik am Rufer 1.0, der Beheimatungsthese, kann man aber insofern Recht geben, als dass man sagen muss, dass das eigentlich ja kennengelernt werden muss. Das ist eine zentrale Aufgabe von Religionsunterricht. Das kann man auch nicht, wie es ab und zu mal gefordert wird, in die Gemeinden verschieben. Darum geht es in Religionsunterricht. Das ist quasi Grundkonsens hinter der Einrichtung von Religionsunterricht im Weimarer Kompromiss gewesen. Deshalb muss auch der Religionsunterricht für alle so ein Wechselspiel bieten von Dialog und religionsspezifischem Lernen. Ein Wechselspiel von Dialog mit anderen und auch einen vertieften Kennenlernen der je eigenen Religion, der man formal oder kulturell zugehört. Diejenigen, die ohne jegliche Beziehung zu einer bestimmten Religion sind, haben in Religionsunterricht für alle die Möglichkeit, diese Dimensionen mal zu erkunden und zu prüfen, ob und wie sie sich relationieren und positionieren können. Es geht nicht um Einführung im Sinne einer Hinführung, dass man zwangsweise dazugehört, sondern tatsächlich um ein Kennenlernen, um ein Auseinandersetzen, um eine Ausdifferenzierung von Belonging. Um diesen Lernprozess zu fördern, gibt es im Religionsunterricht für alle einen Wechsel von dialogischen religionsübergreifenden Phasen auf der einen Seite und religionsspezifischen Phasen. Die beiden Phasen sind aber nicht isoliert zu denken, sondern im wechselseitigen Bezug. Dabei geht es auch nicht um Unterrichtsabschnitte, sagen wir über viel, über ein halbes Schuljahr, sondern es geht wirklich um Sequenzen innerhalb von der Unterrichtsstunde oder eine Unterrichtseinheit und nur in Ausnahmenfällen mal eine ganze Unterrichtseinheit zu einer einzigen Religion. Rufa 2.0 ist kein Fenstermodell, wo ein halbes Jahr ein Rabbiner kommt und dann im nächsten halben Jahr ein Imam und die jeweilige Perspektive darstellt. Das wäre ziemlich, dann wäre es nämlich ziemlich unmöglich, eine multiperspektivische Betrachtung zu bekommen von einem Thema und in den Dialog zu treten. Das wäre auch insofern sehr unlogisch von Schülerinnen und Schülern her gedacht, die ja diese Vielfalt alltäglich erleben. Wie kann man sich dann dieses Wechselspiel von dialogischen Phasen und religionsspezifischen Phasen im Religionsnachricht für alle so konkret vorstellen? Wir haben dazu etliche Strukturmodelle entwickelt und ich werde sie jetzt mal ein bisschen einführen. Ich liebe bunte Bilder, Sie werden das merken. Modell 2a, da beginne ich mal. Die Hintergrundfarbe meint immer die Religion, die thematisiert wird. Eine bunte ist dann eben alle Religionen oder verschiedene Religionen, eine dialogische Phase. Eine grüne Hintergrundfarbe ist dann eben Islam, lila evangelisch. Die Kreise sind die Schülerinnen und Schüler mit ihren jeweiligen Hintergründen. Grüner Kreis könnte zum Beispiel ein muslimischer Schüler sein, ein lila Kreis ein evangelisch geprägter Schüler und ein Kreis ohne Inhalt eben jemand, der überhaupt keine Bezüge hat. Stellen Sie sich folgende Unterrichtseinheit vor, zentrale Personen der Religion, man hätte eine Einführung in, was sind zentrale Personen in deinem Leben, wo kommen sie vor, welche Rolle haben sie für andere, welche Rolle haben sie in Gemeinschaften. Also eine Öffnung des subjektiven Konzepts, mit dem dann die nächste Phase eröffnet wird, dass man, dass muslimische Schüler sich intensiv mit zum Beispiel Mohammed beschäftigen, evangelische Schüler mit Jesus, sei es in Gruppenarbeit, in individuellen Arbeitsformen. Ich denke, auch die Digitalisierung wird es deutlich erleichtern. Am Ende dieser intensiveren Beschäftigung kommt ein Austausch, erst ein wechselseitiges Vorstellen, hier quasi in der zwölften Stunde, ganz unten, wo die kleine zwölf ist. Man stellt sich wechselseitig vor, was man hat, vergleicht es, um dann in der Abschlussstunde sich persönlich zu relationieren, persönlich Stellung zu nehmen und dann auch seine eigenen Erkenntnisse und zu formulieren, auch was man mitnimmt. Ganz anderes Modell, Modell 3, Überschlagsthema Gerechtigkeit zum Beispiel. Da werden alle Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit den gleichen Quellen. Ein gemeinsamer Einstieg, eher lebensweltlich. Dann zum Beispiel die Arbeit in Weinberg, eine christliche Perspektive in der nächsten Doppelstunde, die Stadt des Einvernehmens aus dem Alevitentum und so weiter. Und am Schluss eben nochmal ein Abschluss. Das sind ganz andere Unterrichtseinheiten. Modell 1a wäre zum Beispiel eine Religion über eine längere Phase, die fünf Säulen des Islams als eine Einführung oder eine Systematisierung. Sie merken, das sind ganz unterschiedliche Modelle, wie Dialog- und religionsspezifisches Lernen ineinander übergehen, wie sie dargestellt werden. Diese Modelle sind, es ist nicht so, dass man nur Modell 1 oder nur Modell 2 machen soll oder nur Modell 3, sondern ganz bewusst mischen. Meistens hat man drei, vier Unterrichtseinheiten in einem Schuljahr, sodass tatsächlich diese Formen gemischt werden können. Auch diese natürlich schematisch, wie alle Strukturmodelle in der Realität, müssen sie entsprechend an das Thema angepasst werden. Die Frage ist, wie wird das in den Rahmenplänen, in den Bildungsplänen abgebildet? Das ist jetzt nicht ganz einfach darzustellen, weil ich einfach mehr Platz bräuchte als so ein kleiner Bildschirm. Deswegen werde ich das in einzelnen Schritten mal abgehen. Die Rahmenpläne, die Inhalte sind natürlich kompetenzorientiert, das kann ich jetzt nicht darstellen. Aber ich konzentriere mich hier auf die Inhalte, auf das Kerncurriculum. Auf der einen Seite folgen dabei eine, sagen wir, didaktischen Kreisbewegung, wie ich das nenne. Am Anfang stehen immer religionenübergreifende Fragenbereiche, was ich vorhin sagte, zentrale Personen der Religion, Gerechtigkeit und so weiter. Schöpfung, es gibt eine ganze Menge. Wir haben ungefähr so drei bis maximal vier religionenübergreifende Fragebereiche pro Schuljahr. Diese religionenübergreifenden Fragebereiche werden quasi in der didaktischen Kreisbewegung erschlossen. Einerseits von Schülererfahrung und Dialogfragen, die bezogen werden auf religionsspezifische Inhalte und Quellen. Und andersherum, diese Quellen werden bereits im Hinblick auf die konkreten Schülerinnen und Schüler in einer Klasse didaktisch erschlossen. Diese Kreisbewegung wird jetzt für jedes Thema ausdifferenziert und gefüllt. Das ist das, wo es jetzt klein wird. Ich habe mal quasi rechts einen Überblick. Oben die Schülerfragen, dann hat man diese Pfeile, die eine Kreisbewegung darstellen, und unten die religionsspezifischen Inhalte. Das gehe ich jetzt mal mit Ihnen durch. Ich konzentriere mich erst, ich beginne mal oben im oberen Teil. Da haben wir eben die Schülererfahrung und Dialogfragen zum religionübergreifenden Fragebereich. Ich konzentriere mich da auf den ersten Vielfalt der Gottes- und Transzendenzvorstellungen. Dazu soll eben Kontexte von Rede über Gott, in welchen Kontexten reden eigentlich Menschen von Gott, genauso wie Eigenschaften von Gott, göttlichen beziehungsweise Transzendenz thematisiert werden. Dazu gilt es folgende Schülerfragen aufzunehmen. Die sind natürlich beispielhaft. Es geht um die ganz Konkreten in einer Lerngruppe. Worauf stütze ich mich? Woran orientiere ich mich? Wie ist Gott? Gibt es Gott wirklich? Glauben Juden, Christen, Muslime an den gleichen Gott? Diese Frauen und das, was man Unbedingtheitserfahrung nennt, diese müssen aufgegriffen werden in Bezug auf die Quellen gesetzt. Da schaue ich jetzt näher drin, denn das wird dann religionsspezifisch. Wir unterscheiden dabei zwischen einem A-Teil und einem B-Teil. Der A-Teil betrifft drei Perspektiven, die in jeder Klasse, und zwar ziemlich egal, wie sie sich zusammensetzt, bearbeitet werden müssen. Also müssen mindestens drei Perspektiven und mindestens diejenigen, die in der Klasse vorhanden sind. Habe ich also eine Klasse, die zum Beispiel aus christlich und muslimisch geprägten Schülern besteht, da müssen auf jeden Fall die christlichen und muslimischen Themen gemacht werden und eine dritte, zum Beispiel das Judentum, weil es eben doch ein sehr großer Zusammenhang steht. Das heißt, die christliche Perspektive, ich rede hier über fünfte, sechste Klasse, Gott als barmherzigen und verborgen zugänglich gemacht, dann kann man entsprechende Geschichten, Bilder und andere Inszenierungen oder Lernerrangements suchen. Islamisch Allah, Gott als Einheit und die Attribute Gottes und jüdisch Gott, der Allmächtige, der Richter, der Ewige, der Barmherzige. Das sollen alle Schülerinnen machen, die in dieser Klasse sind. Das ist der A-Teil. Der B-Teil zeigt an, die Vertiefung, die jeder in der je eigenen Religion machen kann oder zumindest in einer. Das heißt, christlich geprägte Schüler sollen sich mit dem Vaterunser intensiver auseinandersetzen. Da gibt es ja vielfältige Methoden, über mehrere Stunden kann man das sehr, glaube ich, auch ein vertieftes Verstehen ermöglichen. Wenn das muslimisch geprägte Kinder, die Al-Fatihah und die 99 Namen Gottes. Jetzt gibt es natürlich auch Themen, die, sagen wir, nicht einzelne Religionen unmittelbar zugeordnet sind, die aber notwendig sind, um sie in diesem Kontext zu thematisieren, wie auch Deutungsangebote Schülern und Schülern zu bieten, die eben nicht religiös sind, die säkular sind, die, sagen wir, eher auf Distanz gehen. Das nennen wir kulturelle Kontexte. Es geht eben in diesem Kontext von Vielfalt der Gottes- und Transzendenzvorstellung eben auch nicht-religiöse Weltanschauung und Lebensgestaltung zu thematisieren, das heißt mit Biografien, mit Bildern, mit Erzählungen. Das wird nicht im Rahmenplan vorgegeben. Das ist ganz bewusst Pflicht für alle. Und zwar sowohl für diejenigen, die einen religiösen Kontext haben, wie für diejenigen, die eben auf Distanz eher zu Religion stehen. Wenn man jetzt alle Zeilen ausnimmt, also alle christlichen Inhalte aus allen Jahrgängen, alle islamischen, auch die kulturellen Kontexte, dann kann man für analytische Zwecke etwas herausdestillieren, was sich religionsspezifische Kerncurricula nennen, was anzeigt, was ein christliches Kind, ein muslimisches Kind in den Jahrgängen auf jeden Fall gemacht haben wird. Wenn man sich das anschaut, dann enthält es sehr wohl die, sagen wir, Kernelemente auch eines konfessionellen Religionsunterrichts, wie er in den anderen Bundesländern üblich ist. Das ist der Anspruch und das gilt es einzulösen. Denn dieser Religionsunterricht, UFA 2.0, der ist ja zugleich evangelisch, islamischer, alevitscher Religionsunterricht und erfüllt natürlich dann auch die entsprechenden bundesweiten Bestimmungen. Man muss natürlich sich klar sein, nicht im vollen quantitativen Umfang, aber die Auseinandersetzung, gerade durch den Dialog, mag deswegen deutlich mehr sein. Zum Abschluss noch zu Lehrkräfte und Lehrerbildung. Welche Lehrkräfte braucht eigentlich ein solcher Religionsunterricht? Die AG UFA hat sich schon 2015 dazu benannt und sagt, wir brauchen, die Lehrkräfte müssen vier Eigenschaften haben oder haben vier Rollen. Es geht einerseits, sollen sie positionell sein, sollen nicht neutral sein. Es geht um eine exemplarische Positionalität, weil die Schülerinnen und Schüler sollen ja auch Positionalität entwickeln und darin muss der Lehrer Vorbild sein. Nicht unbedingt der spezifischen Position, aber dass er positionell ist, darum geht es. Er soll entsprechend auch religiös verankert in der eigenen Religion sein. Er muss dialogfähig sein, weil er einfach Dialogizität vorlebt, eine Grundhaltung gegenüber Andersdenkenden. Und er muss natürlich fachkompetent sein in der eigenen und in anderen Religionen. Auf einem Symposium der Nordkirche wurde das noch ein bisschen differenziert im Aufgriff von Wilfried Herle. Lehrkräfte müssen Repräsentanten der je eigenen Religion sein. Das sind sie im Übrigen automatisch. Wenn man weiß, dass ich evangelisch bin, wird man mich automatisch als evangelischer Religionslehrer wahrnehmen und mich als Variante des Evangelischseins. Sie müssen Bürgen eines achtsamen und respektvollen Dialogs sein. Sie sollen Moderatoren und ich würde ergänzen auch Orangere von Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler sein. Und sie sind Referenten für die jeweils in ihrer Person nicht repräsentierten Religionen. Ich denke im Übrigen auch für die eigene Religion. Was bedeutet das für den Lehrereinsatz? Wie stellen wir uns Lehrer in den Schulen für und für die Lehrerbildung? Wir haben das Ziel multireligiöse Fachschaften. Lehrkräfte mit evangelischen, katholischen, zumindest prospektiv, islamisch, albidischen, lödischen Lehramts-Theologie-Studium. Die sollen die zu Fachschaften in den Schulen zusammenkommen. Man muss wissen, in Hamburg wird der Religionsunterricht ausschließlich von staatlichen Lehrkräften erteilt. Diese Lehrkräfte sollen beauftragt werden durch die jeweilige Religionsgemeinschaft. Also evangelische Lehre über eine Vokation verfügen, katholische Lehre über eine Missio, Ijaza, Rizalik ist der alevitische Begriff und Ischur der jüdische. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen trivial aus der Sicht anderer Bundesländer. Für Hamburg ist das in gewisser Hinsicht eine Revolution. Bisher gab es nämlich das nur in ganz rudimentärer Form. Man muss die Mitgliedschaften der evangelischen Kirche beim ersten Staatsexamen nachweisen und danach wurde nicht mehr geprüft, noch gab es irgendwelche Ansprüche. Faktisch hatten wir kein Beauftragungswesen. Das wird nun geändert. Ein Hintergrund, wir haben in Hamburg ein immenses Ausmaß an fachfremden Unterricht in Rufe 1.0 gab, 60 Prozent im Grundschulbereich, 40 Prozent an der Stadtteilschule in der Sekundarstufe 1. Eine große Problemlage. Das wird so nicht weitergehen. Anlass war nicht Rufe 2.0, sondern die Fusion der Nordkirche, die das nun vereinheitlicht. Wir erweitern es aber jetzt auf alle Religionsgemeinschaften. Ab dem 1. 8. 2022 darf der Religionsunterricht nur noch von beauftragten Lehrkräften erteilt werden. Das klingt ein bisschen trivial, aus den anderen Bundesländern. Für Hamburg bedeutet es einen massiven Umbruch. Wir sind gerade dabei, diese Beauftragung seit zweieinhalb Jahren und wir haben ja noch eineinhalb Jahre umzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Für die Ausbildung und zwar in allen drei Phasen wünschen wir uns folgende Sache. Einen Schwerpunkt der eigenen Religion. Also die Studierenden werden evangelische Religion, Lehramt studieren, sie werden katholische Religion oder islamische Religion studieren. So wie das auch in anderen Bundesländern ist, auch im Rahmen der jeweiligen KMK-Bestimmung. Aber wir wollen, dass sie wechselseitig sich an Seminaren teilnehmen, dass ein evangelischer Lehramtsstudent auch an Seminaren der islamischen Theologie teilnimmt und andersherum. Wir wollen auch Dialogseminare, um quasi Themen dialogisch zu erschließen und um in diesen Dialog einzuführen. Und wir brauchen auch die Einübung von Kooperation. Das betrifft natürlich weniger die erste als vor allen Dingen auch die zweite Ausbildungsphase und die dritte. Wir sind da in Hamburg schon relativ gut auf dem Weg. Wie gesagt, wir haben islamische Theologie-Studiengänge 2015 eingerichtet. Leider müssen bisher evangelische Theologie-Studiengänge keine Seminare dort machen. Das wird sich ändern. Gerade baut die Universität Hamburg diese Studiengänge massiv aus. Wir haben einen neuen Fachbereich, Religion, da wird gerade eingerichtet. Das sind sieben Professuren ausgeschrieben. Drei für islamische Religion, drei für alevitische Religion, bundesweit mit Abstand Ausnahms, eine große Ausnahme. Wir haben eine jüdische Professur und wenn auch wirklich Lehrerbedarf in Hamburg bestehen wird, auch für katholische Theologie, die kämen dann noch dazu. Sie merken, das ist eine große Veränderung und mit einem großen Einsatz der Freien Hansestadt Hamburg. Die evangelische Religion ist allerdings leider ein eigenständiger Fachbereich und die Kooperation könnte noch deutlich intensiver sein. Da gibt es nach wie vor Zurückhaltungen, die aus einer schulischen Sicht, sagen wir, kritisch zu betrachten sind. Der Vorbereitungsdienst ist geöffnet für alle Religionen aus anderen Bundeslangen seit zwei Jahren. Wir bilden sogar in Hamburg schon islamische Religionslehrkräfte aus. Absolventen aus Hamburg können zum Beispiel nach in den in den aus Absolventen aus Münster können zum Beispiel nach Hamburg kommen und hier einen Vorbereitungsdienst abschließen und dann auch wieder zurückgehen. Wir haben am Landesinstitut, also in der dritten Phase, interreligiöse Fortbildner-Team aus muslimischen, alevitischen, jüdischen und natürlich evangelischen Lehrkräften und es gibt natürlich noch das Pädagogisch-Theologische Institut und auch das Erzbistum bietet Fortbildung an. Ja, all together now, zurück zum Anfang. Ist der Rufa 2.0 ein Hamburger Sonderweg oder ein bundesweites Modell? Naja, jeder Weg ist natürlich irgendwie besonders und es gibt sowas wie eine Wegabhängigkeit, das heißt, wo man startet, beeinflusst auch etwas, wo man hingeht. Das ist nicht alles absolut offen. Und ob etwas ein Modell ist, das können natürlich eher grundsätzlich nur diejenigen sagen, für die es ein Modell ist, weniger die Modellgeber. Also irgendwie bin ich als Hamburger hier nicht stimmberechtigt, finde ich. Von daher gilt das Motto des Vortrags jetzt auch für den nächsten Teil der Veranstaltung. Lassen Sie uns das diskutieren. All together and now. und dann